Was als Männerturnverein 1843 begann, ist inzwischen zum zweitgrößten Sportverein in Stuttgart angewachsen. Als größter Anbieter für Sport, Fitness und Gesundheit bietet der MTV Stuttgart in über 40 Sportstätten körperliche Betätigung und ein soziales Miteinander für die Großen und Kleinen. Die Nachfrage ist hierbei groß. In Hallen wie dem Turnzentrum Tivoli und dem Kunstturnforum Stuttgart geben sich die Sportler tagtäglich die Klinke in die Hand. Das Angebot an Sportarten und Fitnessthemen ist breit gefächert. Ebenso bunt gemischt sind die Altersgruppen. Während die Kleinsten Sport als Spiel erfahren, bereitet man sich eine Halle weiter schon auf den nächsten Wettkampf vor. Nebensportarten wie dem Turnen oder Leichtathletik nehmen auch Ballsportarten großen Raum beim MTV Stuttgart ein. Die Fußballakademie fördert nicht nur die Kickertalente von morgen, sondern stellt die Förderung des ganzen Menschen in den Vordergrund. Wir versuchen mit unseren guten Trainern eine gute Arbeit zu leisten, die Familie zu schützen und hier in erster Linie auch den Kindern Spaß, natürlich auch Leistung zu haben und nach ihren Fähigkeiten diese Kinder weiter zu fördern. Auch der Blindenfußball des MTV machte in den vergangenen Jahren durch seine Erfolge bei den deutschen Meisterschaften von sich reden. Zuerst war mein Ziel überhaupt eine Mannschaft hier aufzubauen und dann kam deutscher Meister zu werden. Jetzt sind wir schon zweimal deutscher Meister geworden. Viele der Spieler beim MTV sind zugleich Nationalspieler. Wir haben auch richtig gute, zu den Spieltagen hier richtig gute Zuschauerzahlen. Also wir fühlen uns hier richtig zu Hause und ich fühle mich hier total angenommen und bin super glücklich. Die Freude am Sport und die Begeisterung für den Verein sind auch bei den Lehrkräften zu spüren, die mit Feuereifer und Herz bei der Sache sind. MTV ist eine große Familie. Da kennt jeder jeden. Es ist eine riesengroße Gemeinschaft und es ist einfach Freude. Also wenn man irgendwo reinkommt, ist es immer jemand am Lachen und macht immer Spaß. Das ist mein Leben einfach. Sport ist mein Leben und Kinder sind mein Leben. 8700 Mitglieder können nicht irren. Der MTV Stuttgart bietet Sport und Spaß für die ganze Familie. MTV Jena Pizza! catatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat